Mein Name ist Niko, ich bin dabei und das ist der Amok. Ja, keine Ahnung was passiert, aber die müssen erst ihre Kämpfe reparieren. Ich bin dabei, ich bin dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 so viele schöne Augenblicke. Ich denke, die Bilder, die sprechen da einfach für sich. Es war ein mega geiles Jahr, es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich kann einfach nur an alle Leute, die dabei waren und die mir dieses Jahr, sag ich jetzt mal, ermöglicht haben, die dabei waren, die mit mir Fahrrad gefahren sind, die mir helfen, die haben beim Filmen, die an mein Fahrrad geschraubt haben, die mich in irgendeiner Weise unterstützt haben, kann ich einfach nur Danke sagen, weil es ist echt immer wieder geil, dass ihr alle da seid und ohne euch wäre es total langweilig für mich und nur mit euch macht es Spaß, Biken zu gehen, am Fahrrad zu schrauben oder sonst zu filmen, sonst irgendwas zu machen. Und natürlich geht auch ein Danke an euch alle da draußen, die meine Videos anschauen. Mittlerweile sind wir jetzt bei über 1900 Abonnenten angekommen und mich freut es echt, dass jeder einzelne von euch dabei ist und vor allem die, die regelmäßig meine Videos schauen. Ich kriege so viele Kommentare von euch, die mich echt aufmuntern weiterzumachen, die echt mega cool sind und das ist auch eine Vielzahl von den ganzen Kommentaren, die sind echt positiv und da freue ich mich wirklich richtig drüber und genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt in ein neues Jahr, 2020, ich habe noch ein paar Videos für euch auf Lager, die sind schon mit der GoPro gefilmt oder die sind schon gefilmt, sind schon passiert und die gibt es für euch jetzt in den nächsten Tagen. Ich setze mich da dahinter und schneide die, damit es für euch wieder weitergeht. 2020 wird sagen, let's go! Ich habe richtig Bock auf das Jahr, es wird richtig cool bestimmt und allein schon, was ich für Termine alles in meinem Kalender stehen habe für nächstes Jahr, wo ich hingehe zum Biken. Wird richtig cool, ich habe richtig Bock. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei und euch gefällt es so, wie ich hier, was ich hier treibe auf meinem Kanal und genau, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder irgendwas habt, was ihr dieses Jahr unbedingt sehen wollt oder was euch vielleicht stört, was ich anders machen soll oder so, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil nur da sehe ich es und nur da kann ich auch, ja, kann ich es auch verändern, wenn ich es weiß. Nur dann geht das und deshalb schreibt es in die Kommentare, schaut euch nicht davor, es wirklich reinzuschreiben. Wie gesagt, wenn ihr über konstruktive Kritik schreibt, dann kann ich damit auch was anfangen und kann auch das Ganze verbessern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das kleine Edit jetzt von 2019, die besten Momente. Wenn ihr irgendwo nicht nicht wisst, aus welchem Video das ist oder wo, keine Ahnung, wo das gefilmt ist, wo das war, welcher Spot das war, dann schreibt einfach die Zeit in die Kommentare und fragt, wo das war, dann schreibe ich euch das rein, falls euch es interessiert. Genau, und ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Lasst uns 2020 starten. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr wieder einschaltet und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal, dass ihr kein Video verpasst. Das wäre echt mega cool, freue ich mich immer drüber. Und ja, ich würde sagen, bis dann, haut rein, ciao. Amg. 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 Amg.